Der mögliche Transfer von Torhüter Mike Flecken vom SC Freiburg in die Premier League zu Brentford ist ja mittlerweile eigentlich nur noch ein offenes Geheimnis, denn es wurde von Fabrizio Romano schon vor Wochen mehr oder weniger bestätigt, dass das Ganze passieren wird. Die Vereine haben weiterhin noch nichts dazu gemacht, es ist weiterhin nicht offiziell, aber es ist eigentlich nur noch ein offenes Geheimnis und mittlerweile auch quasi zu 100% bestätigt, würde ich mal sagen, denn nun hat Mike Flecken ein Interview bei der BILD gegeben und dabei auch über den Wechsel zu Brentford gesprochen und ich meine, dann muss es ja quasi schon fix sein. Es fehlt halt nur noch die Verkündung der Vereine, den Medizincheck soll er gestern auch schon bestanden haben. Ich möchte dennoch mal so ein bisschen darüber reden und noch über seinen möglichen Nachfolger. Zu den Formalitäten muss man sagen, dass er eine Ausstiegsklausel im Vertrag hatte in Höhe von rund 13 Millionen Euro und der Transfer macht ihn dann somit tatsächlich zum zweitteuersten Torwart-Export der Bundesliga-Geschichte nach Bernd Leno, der damals für 25 Millionen zu Arsenal wechselte. Also ja, Torhüter wird generell nicht so viel bezahlt. Ich denke, Flecken, ja, könnte durchaus mehr wert sein, hat jetzt die Ausstiegsklausel, aber ich glaube, mit 13 Millionen kann man sich in Freiburg auch durchaus zufrieden geben. Für Flecken ist es, wie er sagt, ein Kindheitstraum generell in der Premier League zu spielen, verlässt damit eben die Freiburger, die international spielen, kann sich jetzt jeder denken, was er will. Ich persönlich nehme es Flecken überhaupt nicht übel. Ich gönne ihm den Schritt, hat er sich verdient. Auch wenn ich persönlich finde, dass er oft ein bisschen overhyped wurde. Also seine Leistungen waren durchaus gut, je nach Saisonphase. Aber er hatte auch durchaus immer mal wieder so ein paar Phasen, wo er seine Schwächen hatte. Und generell in der Strafraumbeherrschung, was jetzt das Herauslaufen bei Flanken beziehungsweise Standards betrifft, war er nie wirklich überragend. Aber dennoch natürlich im 1 gegen 1 und so weiter mit dem Ball am Fuß ein überragender Torhüter. Und einfach wieder mal ein gutes Beispiel für die gute Freiburger Arbeit, für deren Scouting und wie sie die Spieler eben weiterentwickeln. Zur Saison 18-19 von Duisburg geholt für 2 Millionen Euro. Und jetzt dann halt eben, erst war er zweiter Torhüter, dann Stamm-Torwart und jetzt wird er für 13 Millionen Euro weiterverkauft. Also mit einem durchaus älteren Torwart ein Profit gemacht von 11 Millionen Euro. Und das ist einfach wirklich ein gutes Beispiel für die gute Arbeit. Ein weiteres Beispiel dafür ist eben sein Nachfolger, der quasi schon so bestätigt wurde. Denn mit Noah Atubolu hat man den Nummer 2, der eines der größten Torhüter-Talente Deutschlands ist, wenn nicht sogar das Größte, ist die Nummer 1 bei der deutschen U21. War die letzte Saison schon die Nummer 2 bei Freiburg. Hat viele Drittligaspiele gemacht. Auch ein Spiel in der Europa League und ich glaube zwei im DFB-Pokal. Und er wird dann halt eben zur Nummer 1 befördert werden. Das ist definitiv ein großes Risiko, weil er auf dem Niveau halt überhaupt keine Erfahrung hat. Dennoch hat man ihn bis jetzt gut herangeführt und ich finde, irgendwann muss man den Schritt machen. Freiburg wird jetzt auch nächste Saison europäisch spielen. Aber ich traue es ihm zu, auch wenn man ihm natürlich den ein oder anderen Fehler zugestehen muss, den er dann eben machen wird. Das wird, denke ich mal, unabdingbar sein. Aber ich bin ganz ehrlich der Meinung, lieber hat man so einen Talent, dem man auch mal den ein oder anderen Fehler zugesteht, wie jetzt einen gestandenen Profi, von dem man einen Patze jetzt nicht unbedingt erwarten sollte. Und wenn alles glatt läuft, glaube ich, dass Artubolo sich gut einleben kann. Ist ja auch gebürtiger Freiburger. Und wenn er sich richtig gut entwickelt, glaube ich, dass er auch schon in naher Zukunft eine wirklich gute Lösung sein kann. Auch wenn es natürlich vorerst mal ein qualitativer Rückschritt ist von Flecken zu Artubolo. Dennoch auf jeden Fall ein mutiger Schritt, der eben den Freiburger Weg gut beschreibt und den ich auf jeden Fall sehr interessant finde und gerne verfolgen werde.